So. Wer hat in letzter Zeit wenig gesagt? Rashi. Ja? Du bist gerade mit Nachtwache dran. Da hörst du von den Pferden her in ein Klappern oder ein Rascheln, als würde jemand an ihnen herumspielen. Wenn du nicht umsiehst, fällst du auf Vlad ist fort, ebenso wie seine Frau. Ich würde mal gucken, ob sonst alle da sind vom Squad und von den Spezialisten. Ist irgendjemand auf Nachtwandertour gegangen? Nicht wirklich. Ich schlafe eigentlich des Nachts, wenn ich kann, damit ich am Morgen wieder ausgeruht bin. Dann denke ich... Moment. Das ist ja sehr erschöpft, wie ich gehört habe. Welche Mondphase ist das? Das ist wichtig für Woj Skaljevic. Such dir eine aus. Nee, das musst du mir sagen. Es ist nicht Vollmond. Okay, ist Neumond. Komm, Würfen W6. Okay, weil wenn Neumond ist, schlafe ich nicht. Das heißt, Würfen W4 so. Okay, alles klar. Ja, dann ist Neumond. Shit, ich bin wach. Ich bin die ganze Zeit wach. Okay. Also dann ist es dir nur nicht aufgefallen. Und ihr sitzt halt beide gerade im Feuer, oder? Ja, beziehungsweise an diesen glimmenden Rästchen. Stimmt, an den Überresten. An eurem Räucherstäbchen. Herr Karjelovic. Ich mache so die Finger auf den Mund und deute so in Richtung der Geräusche. Und ich würde mir mal anschauen, haben die ihr Lager aufgeschlagen oder haben sie es schon abgebaut? Ihre Decken ist ein Gewerbe, keine Schlafsäcke haben. Ihre Decken liegen noch dort. Dann würde ich da mal hinschleichen und meine Hand auf die Decke legen, um zu testen. Spürt man da noch Körperwärme? Oder ist die schon? Ja. Okay, also sie sind noch nicht lange unterwegs. Und dann würde ich ihm... Als du Voyez Skyevich angesprochen hast, hast du ihn regelrecht aus seinem Trance-Zustand herausgerissen. Das, was war oder was ist... Keine Ahnung, er hat auf jeden Fall in den Nachthimmel gestarrt, da wo eigentlich der Mond sein müsste. Die zu Bosnien-Überreste des Mondes sind auch noch da. So drei Viertel von ihnen, anyway. Ja, aber Neumond halt. Also wo er eigentlich sein müsste und jetzt halt nicht scheint. Und irgendwie haben seine Augen dabei merkwürdig geglitzert. Irgendwas war da seltsam. Was ist dir aufgefallen? Ah, er ist gesegnet von den Göttern. Ja, ich würde den Gedanken abschütteln, weil es jetzt darum geht, unsere Begleiter anscheinend zu... Naja, wiederzufinden. Ich würde ihm so ein Zeichen machen, dass er mir hinterherkommt und würde meine Familienwaffe rausnehmen. Das ist ein schön geschwungenes Reitersäbe und würde in die Richtung des Geräusches schleichen. So Voyez, dir fällt auf, hier ist eine Schleifspur von ihrer Lagerstelle weg in die Dunkelheit. Ich würde wie ganz natürlich dem Rookie, der mich ja gerade so aus den Visionen gerissen hat, nachwinken, dass er mitkommen soll. Ignorieren, ob er mir folgt oder nicht und sehr bestimmt dieser Schleifspur folgen. Und praktischerweise gehen die in dieselbe Richtung, wie der Rookie gerade läuft. Okay, ja, perfekt. Ich nehme natürlich meine Waffe mit und mein Schild, ist klar. Zu den Pferden ist es nicht weit. Und als du da ankommst, wer von euch beiden geht vor? Wahrscheinlich würde ich sogar vorgehen, weil ich es ja als erstes gemerkt habe, oder? Und gar nicht groß auf Voyez warten würde, weil ich eher neugieriger Natur bin. Du siehst in der Dunkelheit eine kauernde Gestalt irgendwie zwischen den beiden Pferden der Eskorte, die da irgendwas zu tun scheint, woher ist, wenn du dich ein wenig umsiehst, du bemerkst etwas abseits von euren Pferden eine Bewegung. Und dann, wenn sich dein Auge einen Moment lang scharf stellt, jetzt wo du vom Glimmen der Stäbe weg bist, eine, du hast es erst für ein Pferd gehalten, aber es ist etwas breiter und etwas höher als ein Pferd. Und eine große Gestalt mit ledrigen Flügeln, die den Kopf gesenkt hat und dann irgendetwas am Boden Liegenden zu beißen scheint. War das eine von denen, die auch die Höhle angegriffen haben? Ja. Wir gehen nochmal auf die Missionskarte. Ich nehme meine Waffe und versuche, mit diesem Wesen zu verfahren, wie ich mit den Wesen in der Höhle auch schon verfahren bin. Okay, so. Rashi. Du bemerkst, glaube ich, zuerst, wie Voyez halt dann echt nochmal aufspringt und mit dem Schrei und der Waffe voran auf das Monster zurennt. Oh, okay. Frage an Voyez? Mhm. Du siehst dann, wie gleichzeitig mit diesem Schrei schreckt die kauernde Gestalt vor dir auf und du erkennst, es ist Vlad, der da wohl gerade irgendwie am Sattel rumgespielt hat. Die Pferde sind dabei. Bitte, wie man? Der hat ein Pferd dabei. Ja, ich hatte ja gesagt, die haben jeweils ihre eigenen Pferde. Danke. So, was tust du? Ein Vlad springt auf und sieht Voyez entgeistert an. Also sehr, sehr erschreckt. Du bist irgendwie nachts an den Pferden rum, auf einmal schreit jemand, da wirst du dich auch erschrecken. Ja. Ich würde rum. Vlad, komm her! Ihr seid in Gefahr, wo ist eure Frau? So, du bist dir nicht sicher, warum er in Gefahr ist, denn Voyez rennt gerade in die Nacht hinein. Achso, ich habe das Wesen noch nicht gesehen. Tessa hat bis gerade noch friedlich ihr Kissen gekuschelt und fährt jetzt erschrocken hoch, weil da jemand schreit. Ihr wacht seid ihr definitiv, oder? Ja, aber Moment, ich weiß ja, der Voyez sieht manchmal Dinge, die andere nicht sehen. Weißt du das wirklich? Ja, wir waren auch dabei bei der anderen Mission. Okay, gut. Alles klar. Oh ja, die Ravens haben dich ja rausgeholt, oder? Ja. Stimmt. Die sind alle schon gute Bekannte miteinander. Ja, Sepphaar, aus dem Schlaf, weil du mit der Klefer in den Augen noch zu weh, wo ist der Feind? Okay, so, dann siehst du, wenn du ihm ein wenig Achtung schenkst, wie Voyez halt gerade sein riesiges Schwert in einen Baumstumpf versenkt. Oh. Wo ist das Wesen, was ihr bekämpft? Seht, es ist erschlagen. Ich habe es niedergestreckt. Liegt tot am Boden. Es ist kleiner, als es dir in der Dunkelheit vorgekommen ist, aber es ist mit diesen Viechern ja öfter mal so. Zusammen geschrumpft. Wie in der Höhle auch, lasse ich dann mein Schwert erstmal dort stecken, wo ich das Viech niedergerungen habe und würde mich dann umdrehen. Nun, das war noch einmal knapp. Tessa kommt im Hemd mit Degen und Laterne an. Was ist los? Sind wir angegriffen worden? Ja, aber Voyez hat es bereits besiegt. Ja. Vlad, da war Vlad. Mit Pferden. Vlad steht immer noch da. Mittlerweile jetzt im Schein von Tessas Laterne. Könnt ihr auch seine Frau sehen, die etwas abseits neben dem Packpferd steht und unauffällig aussieht. Äh, Vlad, wa, wa, wa. Ihr wolltet jetzt aber nicht wirklich mit ihr zurück in diese dumme Stadt, oder? Ich habe mir gedacht, nur, ist, ist nicht wahr. Vielleicht zwei Stunden hindreit. Wir raten uns kurz auf und raten wieder zurück. Aber was habt ihr denn davon, wenn ihr... Warte, 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 shit, shit, er sagt das nicht zu dir, er sagt das zu Voyez. Also auch, wenn die Frage von dir kommt. Macht keine Alleingänge mehr. Aber ich würde, ich würde gerne, ich würde gerne mal... Hier ist das Problem, Voyez weiß nicht, äh, sorry, Vlad weiß nicht, dass er dich mit Samt an Schuhen anfassen muss, wie deine Faser hast. Das ist, das ist mir, das ist mir vollkommen egal. Ich würde gerne eine, ähm, nicht, Command-Probe, wie heißt das denn? Discipline. Genau, ich würde, ich würde gerne... In Tessas Stirn bildet sich eine scharfe Falte. Entschuldigung, wenn ich mit euch rede, könntet ihr mich vielleicht wenigstens ansehen. Das heißt nicht so ein verdammter Rassist. Ihr solltet wirklich auf sie hören. Was sagt, sagt jetzt der Voyez, irgendein Aldermani? Äh, was sollst du Indiscipline? Egal, ich wollte Indiscipline. Äh, äh, Risky. Great. Like, ihr habt Scale, right? Wenn er geneigt wäre, irgendwie die Sache eskalieren zu lassen, würde er es nicht tun, denn hier sind halt noch andere Legionäre. Oh. Und wenn ihr nicht mehr wollt, dass wir euch begleiten, zahlt uns aus und wir verlassen euch. Kommt dann auf den Dirk. Vlad wird sich dies merken. Ist mir egal. Oben links stehen. Oben links stehen, Vlad will remember this. Schnelles Neuladen. Ist der Grund. Ich habe nur gedacht, könnte gut für meine Frau sein. Ich zog mit den Schultern und gehe wieder zurück. Das erfolgt ihm. Er hat ganz offensichtlich nicht gedacht. Nein, hat er nicht. Wozu habt ihr uns doch? Äh, denn... Wir sollen euch beschützen, oder? Dafür sind wir hier dabei. Aber hier draußen ist doch gar nichts. Wir haben seit Tagen nicht gesehen irgendwas, was ganz angewehrlich. Also, Vlad hat gegen einen und toten Gegner geköpft. Ist das Vieh, was Vlad umgeheirn hat, jetzt zu sehen mit der Latabelle von Tess? Nein. Es ist ein relativ... Also, es ist ein... Der morsche Überrest eines Baumes, der hier vor vielen Jahren umgefallen sein muss. Und hier eben so als Stammrumpf noch im leicht hohen Gras gelegen hat. Ja, Sefer steht auch ein bisschen davor. Schaut auf das Schwert. Zog mit den Achseln, zieht's raus und nimm's zurück zum Feuer. Tessa schließt zu Vajskarjevic auf und meint halb, halb laut. Ja, ich glaube, an diese Geschichte stimmt was nicht. Er will sie unbedingt in die Stadt bringen, aber nicht um auszuruhen. Es scheint zu reichen, wenn sie dort ganz kurz ist, aber ich verstehe nicht, warum. Es kümmert uns doch nicht, oder? Wir gehen nicht in die Stadt. Das heißt, diese Geschichte ist vorbei. Wir gehen nach Sunstriders Camp. Dorthin und nirgendwo anders. Das ist unser Auftrag, nicht wahr? Nein, ich hoffe nur, dass er nicht wieder sowas Dummes tut. Und ihr seid nicht da. Ja, wenn er nochmal so etwas tut, fesseln wir ihn auf sein Pferd und schleppen ihn einfach so mit uns mit. Nein, dann lassen wir uns auszahlen und dann kann er reiten, wohin er will. Und warum ist seine Frau so Vajskarjevic? Das verstehe ich nicht. Ja, das gefällt mir tatsächlich auch nicht. Fragt ihr das tatsächlich den Wodkagen Vajskarjevic? Nein, wir reden einfach untereinander. Achso, ja gut, okay. Ja, ich nehme das Schwert mit einem Nicken und würde mich dann wieder der Beobachtung des Nachthimmels hingeben. Und so vergeht die Nacht. Ihr radet am nächsten Tag weiter. Vlad ist sehr viel übellauniger. Er spricht nicht wirklich mit euch und man muss ihn mehr als einmal bitten, vorher ist persönlich, muss ihn mehr als einmal bitten, irgendwas zu tun, wenn es denn nötig ist. Denn auf die anderen reagiert er mittlerweile überhaupt nicht mehr, außer mit grobender Missachtung. Und ihr könnt, äh, wie habe ich das genannt? Lionsburg. Genau, ihr könnt Lionsburg, äh, umreiten, was euch eigentlich keine Zeit kostet. Vor allem, weil ihr sowieso nach Südosten wieder wollt. Lanzenangriff auf Lionsburg, wir reiten es um. Ähm, dir fällt auf, Voyers, im Laufe der nächsten Tage, dass ihr verfolgt werdet von einem der Devourer. Vielleicht auch zwei, da wisst ihr nicht ganz sicher. Der eine scheint anders zu sein als der andere. Sie sind bright weg, right? Manchmal siehst du sie, ist sie in der Ferne fliegen. Manchmal scheinen sie euch gerade nachts aus, aus nahen Waldstücken oder, oder Grasbüscheln heraus anzuschauen, mit rot gelimmenden Augen. Aber wenn du ein zweites Mal hinsiehst, sind sie fort. Ich würde die anderen trotzdem darauf hinweisen und alle, ähm, anweisen, wie mit den Devourern umzugehen ist. Wie an die anderen fällt nichts auf. Vielleicht fehlen euch auch einfach nur die Augen dafür. Besser hört aufmerksam zu und meint dann aber, aber die Kommandantin hat doch gesagt, dass diese Viecher alleine auftreten. Naja, zumindest nicht in großen Gruppen. Wenn sie zu zweit sind, äh, ist ja auch nicht wirklich ein großes Team. Wie gefährlich sind die Viecher? Weil ich hab die ja, glaub ich, noch nicht kennengelernt, nehm ich mal an. Für mich zu handeln, für euch könnte es durchaus zum Problem werden, aber nun. Seht einmal so, ich bin hier und, äh, Raging Tempest ist auch hier. Das dürfte, nun, diese Devourer ausgleichen. Ihr müsst euch um den Schutz von den Zivilisten kümmern. Machen wir. Ich bin auch hier und die Götter sind auch mit uns. Boah, er snickt. So, was tut ihr also? Einfach weiterreisen. Ja. Okay, gut. Wenn ihr euch sagt, es ist kein Problem mit den Devourern, dann, ich mein, ich, ich seh sie nicht mal, also. Ich halte Ausschau, aber wenn ich sie nicht sehe. Hier ist manchmal Nacht so, als könntest du, wenn, wenn Voye es irgendwie drauf zeigt, als könntest du einen, ein leichtes Glimmen oder eine Bewegung oder einen seltsamen Schatten in der Ferne sehen. Aber wenn, auch wenn du ein zweites Mal hinsiehst, sind sie fort. Und vielleicht sind sie nicht wirklich da. Oder vielleicht verbergen sie sich nur besser, wenn Voye es drauf zeigt. So oder so. Der Rest der Reise verläuft zunehmend paranoider, möchte man meinen. Ihr habt alle langsam das Gefühl, verfolgt zu werden, auch wenn ihr nicht wirklich sehen könnt, woher, wohin oder von wem. Ihr, euch begegnen auch den größten Teil der Zeit keine anderen Leute, bis ihr am letzten Tag, bevor ihr Sunstrider erreichen solltet, vor euch in der, in der Ebene, ihr habt mittlerweile die, die Sonnenwetsberge umrandet, die sind nicht mehr auf der Karte, aha. Ich ziehe euch mal kurz auf die Karte zurück. Plopp, plopp. Ihr habt sie mittlerweile umrandet und seid jetzt halt irgendwo hier, right? Und Nainsberg wäre hier gewesen. So, vor euch seht ihr eine größere Truppe an Berittenen auf der Straße, die auch in dieselbe Richtung unterwegs zu sein scheinen wie ihr. Ah, da vor uns. Hinter? Okay, sie sind vor uns, aber in die gleiche Richtung. Ja, aber langsamer, wie es scheint. Die scheinen auch, die scheinen bepackt zu sein, scheinen Karren zu haben, zwischen denen sind auch Fußläufe. Wo ist? Sollen wir aufschließen? Der Pferde! Ob das diese berühmten Feuermänen sind? Schwer zu sagen. Andererseits, sie gehen ziemlich langsam und haben Karren, hm, vielleicht auch weitere Flüchtlinge? Vielleicht wollen wir auch zum Camp. Wahrscheinlich. Wir sind auf der gleichen Route wie wir. Dann können wir uns dem Zug anschließen und vielleicht kann man sich gegenseitig unterstützen. Vielleicht ein paar Gewürze austauschen oder die gleichen. Sie sind aber bedeutend langsamer. Wir könnten lange vor Ihnen die Stadt erreichen. Also zumindest eine Nacht. Wollte ich gerade sagen, wir reden jetzt von einem Unterschied von einem Tag, Laminos. Vielleicht lässt es sich ein paar Verbindungen entknüpfen und, naja, vielleicht was dazu verdienen. Na gut. Wenn ihr euch nähert, löst sich ein Reiter aus der Gruppe und kommt auf euch zu. Es ist ein dunkelhäutiger, großgewachsener Mann mit langen, wehenden Haaren. Er hat einen in der Sonne silberglänzenden Speer und ein rothaariges Pferd. Nicht wirklich roter, aber du weißt schon, wie du ein Fuchs hattest. Und kommt auf euch zu geritten und hebt die Hand, wenn er so in Rufreichweite ist. So 20 Meter weiter vielleicht. Hey! Wer seid ihr? Und wo geht's hin? Ich hebe das Banner der Greening Ravens, das mit der Legion vermutlich relativ gut zu assoziieren ist. Und dann hebe ich mein Turmschild, auf dem mein Wappen des Eisvogelritters abgebildet ist. Ja, aber tatsächlich, das wird er eher erkennen. Erkennen vermutlich nicht, aber wohl eher damit assoziieren, dass ihr nichts Bösses wollt. Er kommt auch während der, wenn du das machst und wie er gefragt hat, weiter an dich heran. Oh! Wie steht der Wegreisende? Ist gefährlich. Aber nun, ihr kennt sicherlich selbst die Problematik auf diesem Weg, nicht wahr? Wir kommen aus Planesworth. Planesworth, so weit. Ist das nicht bereits gefallen? Seid ihr die einzigen, die rausgekommen sind? Nein. Es hält weiterhin stand. Wir haben nichts gehört aus der Stadt seit Wochen mittlerweile. Zaga hat jeden und alles, der auf einem Sattel sitzen kann, hier nach Sunstrider gerufen. Und die, er nickt Richtung Westen, die Wälder und die Berge sind voller Banditen. Waren sie schon immer, aber in diesen Tagen besonders. Und voller Fledermäuse. Er runzelt die Stirn. Davon weiß ich nichts. Dann habt ihr Glück gehabt. Würde ja denken, dass ihr Glück gehabt habt, wenn ihr bisher nicht belästigt worden seid. Nun, die, die uns hätten belästigen können, haben Glück gehabt. Nun, löst euch uns an. Sunstrider ist groß und befestigt. Dort werdet ihr sicher sein. Nehmen wir mal an, so wie ihr aussieht, dass ihr nach Ristlake weiter wollt. Nein. Wir werden zurück nach Planesworth. Wir liefern nur den Mann hier ab. Er hat uns dafür angeheuert. Und dann geht es zurück zur Legion. Er wollte wieder hinein. Nun ja. Vielleicht treffen wir sie auch auf halbem Weg. Die Legion wird schon rauskommen. Es war nicht so schwer durchzubrechen. Niemand hat Verletzungen davongetragen. Ihr seht zumindest so aus, als könnte ich dieser Aussage Glauben schenken. Aber mich darauf verlassen, werde ich dann doch lieber nicht, wenn ihr verzeiht. Nun, selbstverständlich nicht. Macht eure eigenen Erfahrungen. Das ist das Wert. Aber wie sieht es nun dieses Lande aus? Nun, es ist viel los. Wie ich gerade gesagt habe, die Pferdeherren hat sich jeden zusammengerufen, der auf einem Sattel sitzen kann. Wir wissen nicht, was jetzt kommt, aber wir bereiten uns darauf vor. Entweder müssen wir kämpfen oder wir ziehen uns in die Berge zurück, wieder und versuchen dort unser Glück. Aber da oben wirft einen unheilvollen Blick in Richtung der höchsten Höhen der mittlerweile westwärts oder südwestwärts von euch gelegenen Sonnenwärts Berge. Da oben ist es unbegültig geworden seit dem letzten Mal. Mein Ratschlag zieht euch nach Fort Calisco zurück. Das ist wahr, die Ebenen sind offen und wir haben viele unter uns die Strecke nicht so leicht machen können. Wir werden riskieren, umstellt zu werden, wenn die Untoten vorrücken. Noch sind sie hinter den Bergen, meint der Doc. Und so schnell werden sie auch nicht drüber kommen. Vielleicht könnt ihr der Pferdeherren ja diese Worte unterbreiten. Meine Aufgabe ist es nur, weitere Flüchtlinge sicher ins Camp zu bringen. Dafür werden wir nicht die Zeit haben. Aber sagt eure Herrin, wenn sie vorhört, Sunswire Camps zu halten, für immer, dann wird sie hier sterben. Wir sollten euch nicht einschließen lassen. Dessen ist sie sich wohl bewusst, es ist sowieso nicht unser Ort, allzu sehr an solchen Dingen festzuhalten. Nun, in Planesverse sehen sie es anders. Aber leider wollen sie nicht hören. Nun gut, schließt euch uns an. Hier könnten wir aus dem Westen berichten, während wir auf dem Weg sind. Natürlich, und ihr hören uns aus den Ebenen. Ich habe im Grunde die Probleme, die ihn plagen, schon angerissen. Es gibt relativ viele Banditen, viele von ihnen Deserteure oder Versprengte der Heere der östlichen Königreich und der Alter Magd, die sich jetzt hier irgendwie eingenistet haben. In den Bergen selbst soll es noch Untote aus der letzten Offensive geben, die dort festhängen. Es gibt keine große Gefahr, dass sie herunterkommen. Aber wenn man sich dorthin zurückziehen wollte, müsste man mit ihnen zurechtkommen. Und ansonsten plagen Sunstrider ähnliche Problemen wie Planesverse, nämlich, dass es zu viele Leute für zu wenig Platz sind. Das Camp an sich ist sowieso schon immer nur eher ein Zeltlager gewesen. Deswegen ist der Unterschied, auch wenn ihr ankommt und den seht, weniger gering. Aber nichtsdestotrotz zu merken. Ihr kommt allenthalben wieder an Motten, also hier holzene Befestigungsanlagen auf Hügeln vorbei, die weite Ebeneflächen des Weidelandes überblicken. Und auf denen, er kann euch ein paar Namen sagen, die die örtlichen Pferdeherren, die ihre großen Herden jetzt hier in ihrem Sitz haben. Die Untoten werden ein leichtes Spiel haben. Das hier zu überrollen, würde ich dann mal zu unseren Offizieren meinen. Oder zu unseren Heavies. Tessa löchert ihn derweil wegen diesen Feuermänen und fragt ihn unter anderem, ob das, wo er da drauf sitzt, so eine ist. Ist es in der Tat. Und eine prächtige noch dazu. Ihr Geschlecht ist seit Generationen im Netz meiner Familie. Er erzählt hier ein bisschen. Feuermänen sind sehr temperamentvoll, aber auch sehr geschwinde und sehr kraftvolle Tiere. Obwohl sie nicht übermäßig groß sind. Also sie sind jetzt nicht so Schlachtrustgröße, sondern halt ein gutes Reitpferd. Und je nachdem, wie man fragt, ist ihr Ursprung unklar. Aber entweder ist der Gehörnte, also ein Auserwählter des Gehörnten selbst irgendwie dann mit dem Spiel. Oder irgendein Erwählter hat mit seinem letzten Akt als Lebender eines dieser Pferden gesegnet. Und daraus entsprang dieses Geschlecht. Tessa zeigt große Begeisterung. Und als sie merkt, dass sie es quasi übertreibt, hätschelt sie ihrem Schimmel den Hals und meint, nimm es mir nicht übel. Du bist auch toll. Der schnappt verächtig und bleibt erstmal auf der Presse stehen, um an einem Klebelbuschel am Gehgesrand zu knabbern. Hey, niemand hat was von Fressen gesagt. Frust essen. Ist gut zum Stress abwohnen. Ja, ich glaub's auch.